Primoz in seiner Wohnung in Freiburg. Die Stadt in Breisgau ist nicht nur seine Wahlheimat, sie ist auch der Ausgangsort für seine Studien für das Passages-Projekt. Das bin ich mit einem Freund. Ich möchte ihn heute besuchen. Wir sind zusammen zur Universität gegangen und haben dort vor 14 Jahren studiert. Den nicht organisierten Zusammenhalt der Kameruner in Deutschland nennen die Forscher eine informelle Gemeinschaft. Ja? Ja, ich werde in 20 Minuten da sein. Ich fahre jetzt los von zu Hause, alles klar. Wir sehen uns in 20 Minuten. Auf Wiedersehen. Für Primoz sind solche Treffen nicht nur Freude, sondern auch harte Forschungsarbeit. Er betrachtet deren Ablauf vor allen Dingen als Wissenschaftler. Als Ethnologe und Feldforscher ist er teilnehmender Beobachter. Mbindia, der Freund, den Primoz heute besucht, ist gerade aus Kamerun zurückgekehrt. Er hat Neuigkeiten aus der Heimat mitgebracht und, zur Feier des Tages, Palmwein. Ein beliebtes Kameruner Getränk, das dort als Zeichen der Freundschaft traditionell unter Männern gereicht wird. Dies ist ein besonderes Mitbringsel, denn Palmwein muss man immer frisch genießen. In Europa findet man ihn kaum. Primoz und Mbindia sprechen zumeist Pidgin-Englisch. Dieser Dialekt, ein stark vereinfachtes Englisch, ergänzt durch einheimische Vokabeln, wird hauptsächlich im englischsprachigen Westteil Kameruns gesprochen. Mbindia hat Primoz auch Bitterkola mitgebracht. Die Cola-Nuss mit einem Freund zu teilen, zeugt von Respekt und bestätigt dessen sozialen Status. Nach diesen traditionellen Kommunikationsformen kommt Primoz nun zu seinem eigentlichen Thema. Der Vorstellung vieler Kameruner, alle Migranten, die in Europa leben, müssten reich sein und mit vollen Händen nach Hause zurückkehren. Oft klingeln die Kameruner ihre vermeintlich reichen Verwandten in Europa an und wollen von diesen per Handy zurückgerufen werden. Junge, sie piepen mich die ganze Zeit an. Beeping, eine Erfindung der Generation Handy. Doch wenn es tagsüber ständig piepst, wird das jedem zu viel. Die Unterschiede zwischen der afrikanischen Kultur und der Europas sind groß. Oft scheint es unmöglich, der Familie, die zu Hause geblieben ist, die Lage realistisch zu schildern. Umso wichtiger sind da die wertvollen Botschaften, die man austauschen kann. Mbindia hat brandneue Bilder mitgebracht aus der Heimat. Wieder einmal öffnet sich das elektronische Fenster. Einen kurzen Moment kann Primoz Anteil nehmen am Leben zu Hause. Sehen, was Mbindias Augen 4878 Kilometer Luftlinie entfernt von Deutschland vor einigen Tagen gesehen haben. Wieder einmal scheinen Verwandte und Freunde greifbar nahe. Vielleicht wird Primoz heute Abend auch noch eine Mail nach Afrika schreiben. Mit den Neuigkeiten von Mbindias Familie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017